Wasser. Klares, sprudelndes Wasser. Wasser, teile dich. Gehe nach oben und gehe nach unten. Ich bin Götz und das sind meine schwarzen Cherubinen. Es geht zurück auf unseren Ursprung. Zurück auf unseren Schöpfer Götz. Er ist da. Ich steig aus. Wir suchen ein Nachfeuer. Wer soll das denn sein? Ich wurde gerufen. Da bin ich. Ich bin das Tier. Ich will wissen, wie sie heißt. Der freier Geist braucht keinen Namen. Hallo, ich bin Klaus Kleppermann. Und wer sind Sie? Ich bin Chris Chrissy. Der Sohn von Götz? Hier. Chrissy wird den Anwärter mit drei Konfessionsfragen konfrontieren. Woren bestünde dann der Weg zum Heil? Was wäre dann die größte Sünde? Drittens. Was kommt nach dem Tod? Der Zisch ist in der Zischkack. Das ist einiger Geist. Der Unterstich wird immer wieder dicht. Das war der Unterstich. Der Teig. Wir villains sind in der Zischkackwärter. Wir wollen zusammenbrechen. etwas China zu vermeiden, Der Teig. bis zum nächsten Mal.